Wir haben heute einen der besten Jugendchöre der Welt bei uns zu Geist. Bitte begrüßt mit mir den National Boy Choir. Mr. Cavern, das ist der Junge, von dem ich Ihnen erzählt habe. Seine Stimme ist herausragend. Dann lassen Sie uns mal hören. Stedt, würdest du dich bitte kurz... Hey! Sagt noch einmal sowas über meine Mutter, Jimmy! Kapiert? Nur noch einmal! Deine Mutter hatte einen schweren Autounfall, Stedt. Es tut mir so leid. Stedt? Und die ganzen zwölf Jahre haben Sie den Jungen nie gesehen? Das ist einfach so lange her. Ich habe seine Mutter kaum gekannt. Und heute habe ich eine eigene Familie. Er ist begabt. Ein unglaubliches musikalisches Talent. Es gibt ja ein Musikinternat für Jungen wie ihn. Das büht ihm die Chance auf ein besseres Leben. Du kannst doch singen, oder? Das hier ist die renommierteste Chorschule des ganzen Landes. Oh, sieh an. Ich erinnere mich. Der Junge kann es schaffen, wenn Kavelin unterrichtet. Der Neue bringt nur Ärger. Willkommen bei den Profis. Wie kannst du dein Talent bloß so vergeuden? Musik bedeutet dir nichts. Aufgeben ist alles, was du drauf hast. Ich gebe nicht auf. Wir geben bald das wichtigste Konzert in der Geschichte unserer Schule. Stedt hat die Stimme. Mit ihm können wir alles singen. Deine Uhr tickt, Kleiner. Ihre Uhr tickt auch, alter Mann. Legt alles, was ihr seid, in eure Stimmen. Ich will, dass Sie die Scheiben aus den alten Fenstern springen lassen, Sie und Ihre Chorknaben. Musik Manche von euch werden Tenöre, andere werden Baritone und einige vielleicht Zahnärzte. Musik Es geht hier nicht um die Musik. Es geht um euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020